Daisy Epoch Funny Moments bei Black Patriots Warte mal, warte mal, das muss ich spannender machen. Und da vorne kommt Marcel's letzte Kurve. Ob er sie schafft? Und... Nein, er hat sie nicht geschafft. Guck mal, ich kann sogar rückwärts fahren. Sogar rückwärts. Ein Park, ich kann auch parken mal einen. Wie das aussieht. Aber warte mal, ob ich auf der hochkomme. Ja, da ist ein Buddy. Wie das aussieht. Oh Gott, oh Gott. Er schafft es, er schafft es. Nein. Schade. Dann fahr ich noch ein bisschen draußen herum. Wie das aussieht. Das drehen kann sich ja auch, sonst soll sie nicht. Ich fahr mal weiter. Und ich endlich. Nicht. Ja, dann wieder. Oh. Ah, meine Arnuss juckt. Das drehen. Und jetzt dann da vorne durch. Das drehen kann sich ja auch mal ein Panzer von Alan Kong. Ja. Ja. Ja, jetzt hast du ein Problem. Aufstart. Ja. Na. Nauf, los, los. Warte mal. Kannst du es mal so stehen? Ja? LOL Jetzt bin ich schon über dir Althydraulik Ah der türkische Spezialpanzer Der türkische Jaja das ist die Geheimwaffe der Türken Das ist die türkische Ambulanz So läuft das Achtung ich gebe Gas Ja Wie ist das? Rennwagen Guck mal Ah Ua Alter wie sind die Jungenauberass Oh Gott Könnt der mir jetzt endlich aus Das ist spannend, ich bin am Hockenheimrinden, Marcel gibt Gas, entschleinigt und 300, 400, 500, 600, 500, 500! Ich habe einen ganz knopf aus meinem Kopf vorbei. Schieß nochmal. Wie das aussieht. Schieß mal auf den Boden. Nein, danke.